Düsseldorf 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 tor überwunden hane der startet obwohl hendrik haukeland wieder fit ist aber zuletzt hendrik hane mit zwei siegen in folge düsseldorf mit aktion nach vorne aber immer wieder mit fehlern hier im powerplay und connelly läuft das break und passt dann perfekt zu lipphorn der shorthander und das 2 zu 1 für die gäste in der 17 minuten der fehler von kenny agostino der schlechte querpass genau in den schläger von connelly der macht das dann richtig gut für jacy lippon der den puck gekonnt aus der luft nimmt 2 zu 1 für straubing nach 20 minuten für thomas dolak und seine mannschaft lief es im ersten drittel nicht ganz so gut allerdings düsseldorf kommt besser raus im mittelabschnitt und er zielt den ausgleich durch karko mischi in der 24 minute tolles break von raus zu komischi und der über die fanghand von hunter mischia die dg hatte sich was vorgenommen im mittelabschnitt und sie sind zielstrebig im spiel nach vorne das ist wenson der lässt liegen für google und der hat das auge für karko mischi der doppelpack vom kanadischen verteidiger das 3 zu 2 der 34 minuten spiel gedreht aus düsseldorfer sicht svensson macht das gut lässt liegen bindet marcel brand und dann das tolle auge von philipp google für karko mischi der vor mario zimmermann einläuft und düsseldorf hatte noch nicht genug o'donnell bleibt hängen und hat dann das auge für adam pale 4 zu 2 38 minuten dritter treffer im vierten spiel für adam pale eine nachverpflichtung die sich scheinbar gelohnt hat verschafft sich hier diesen halben meter gegen kody lampe lässt sich zurück fallen und überwindet hunter mischia topo hatte richtig schlechte laune nahm eine auszeit und im schlussabschnitt seine mannschaft wieder oben auf in überzahl puck läuft gut und connelly mit dem 3 zu 4 anschluss in der 48 minuten brown von der blauen aus dem handgelenk und connelly mit dem abfälscher gibt düsseldorf zum dritten mal in folge eine zwei tore führung her zuletzt gegen bremerhaven und gegen nürnberg aber heute nicht das ist philipp google der bitte zum tanz und hat das auge für alex der nächste herausragende assist vom düsseldorfer kapitän für alexander der seinen zehnten saison treffer macht und damit reißt die serie von neuen niederlagen in folge gegen straubing düsseldorf holt drei punkte straubing probiert noch mal alles sieht den torhüter macht druck aber die sekunden laufen runter mettenen noch mal an den fosten der schuss wird überprüft in den pfosten raus am ende reicht es für die deg es ist ein befreiungsschlag im kampf um platz 10 und gleichzeitig im abstiegskampf die stimmen zum spiel von sandro schönberger und alexander ehl schluss auf die konkurrenz muss am sonntag zum wettbewerb ich glaube das spiel man von anfang an verloren gehabt also auch wenn wir vielleicht im ersten drittel ein tücken besser waren gefühlt haben wir wirklich sechs minuten einen richtigen schmerz am spiel und er hat einfach am schluss irgendwie auch die gierigkeit gefehlt die punkte zu holen und deshalb glaube ich hat dann düsseldorf auch verdient gewonnen das haben wir uns heute fest vorgenommen dass wir im letzten drittel wirklich alles reinhauen cool bleiben auch und dann das souverän über die runden bringen und das haben wir heute gottland geschafft düsseldorf macht druck auf die konkurrenz muss am sonntag zum west schlager und keller duell nach iserlohn die straubig tigers entfangen den erz in goldstadt alle spiele der deutschen eishockey liga live nur bei magenta sport